Oh mein Gott, V-Skills. Basti, guck mal, mein Chat, guck mal, V-Skills. Das ist mein Chat. Ja, moin. Basti. Guck mal, mein Chat, guck mal, wer drin ist im Stream, V-Skills. Der Allerechte. Ja, moin. Ist wirklich so, ohne Scheiß, hat mir die Vizurgen gesagt. Ja, er hat hell geschrieben, ja, moin. Nein, Basti, ich schwör's wirklich so. Ja, moin. Ja, moin. Ja, wo? Wo? Herr Schimmer ist da in seinem Chat, der hat hell geschrieben. Rausgeld, rdb, Häkchen, hey. Ja, moin, lol. Wir sollten weiter expandieren. Hey, nein, weil wir steht das nicht. Da musst du hochrollen. Oh mein Gott. Dinger. Dinger. Ich kenn ihn zwar nicht, aber er ist bestimmt krass. Das ist absolut krass. Alter, hausgesucht. Ja, und ist der, der, der über 18.000 Abonnenten. Danke, dass du eingestellt hast. Achter, das ist der. Lol. Als ob. Ja, wo? Wo habt ihr das geschrieben? Der hat hell geschrieben. Ich komm grad gar nicht drauf. Lol, lol. Als ob. Bro. Du musst los scrollen. Ganz los scrollen. Der ist wieder V-Skills, rdb, Häkchen, hey. Ey, jetzt ist ein bisschen was mal passiert. Es ist halt wirklich der echte, es ist halt wirklich der echte. Ey, das ist zu krass. Frag doch mal, ob er trainen will. Okay. Das ist zu krass. Hä, Hannes, der macht keinen EDIG mehr. Das ist einfach so krass. Dann hat mir der echte Eiferstein auch schon mal geschrieben. Hahaha. Komm ich grad nicht drauf klar. Kein Plan. Nein, Hannes, wirklich. Guck, guck den, äh, vorletzten Zwie, äh, den. Ja, den vorletzten Zwie von mir. Ja, Florian, V-Skills sieht was in dir. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Ich bin einfach mal absolut... Dass mir sowas mal passiert, das hätte ich niemals gedacht. machen auch nicht. Aber dann kommt das queue. Dank für die Zeit mit den 一 Syncoupe. Dass mir jemand bei dir sein soll. Wir sehen uns sehr schnell für den Ausdeck von Ihnen mal diplomatieren, Wir sehen uns automatisch.